So, wir wollen mal die hessigen Kreppen hier wieder ab. Jo, ich baue da mal hier bisschen weiter schöner. Genau, und ich gehe in die Mine. Ich baue mir jetzt ein paar Torches und noch eine Pickaxe. Pickaxe? Pickaxe, Effekt. Genau, genau so eine. Pass auf, sonst rennen dir noch alle Testis hinterher. Oder habe ich, was habe ich nicht, Torches brauche ich. Da, 56, perfekt. Ja, dann bringe ich dir mal ein Material und ich würde sagen, vielleicht treffe ich ja unten dann schon mal auf einen Slime oder so. Dann könnten wir mal die erste, keine Ahnung, eine Pistentür bauen oder so. Für... Ja, eine Mauer bräuchten wir, glaube ich. Ja, also für die Mauer, meinte ich ja. Ich hatte ja voll verplant. Ja, erstmal bauen wir eine Mauer, dafür bringe ich dir jetzt Steine. Steine. Brauchen wir viele Steine. Aber aus was bauen wir die Mauer? Die Mauer bauen wir aus... Stonebricks. Stonebricks, gell. Da brauchen wir auch viel Kohle. Würde ich sagen. Kohle? Viel, viel Kohle. Darf man schon. So, dann machen wir mal hier. Mach's mal für die Straße hier, diese hässlichen Kubelstones. Ich hatte doch Treppen irgendwann mal. Wo sind die hin? Äh, ich hab die verbaut. Oh, ich hab sie sogar im Inventar. Ich hab, ich hab, ich hab. Ist noch was da? Ähm, Adam, da wo jetzt quasi frei ist von der Treppe, da lass ich jetzt einfach mal frei, dann machen wir den Railway hin, oder? Ähm, achso, ja, ja. Ist ja drei Kästchen breit. Genau. Gott, Sandstone und Sand sieht man eigentlich wie... Ah, verdammt. Den Unterschied nicht so gut. Da... Warum darf ich eigentlich immer meinen? Weil das langweilig ist für unsere Zuschauer. Deswegen mach ich ja die anstrengende, schwere Arbeit hier. Oben. Ich hab Platz dann gefunden. Es wird immer mehr. Ja, ist schon mal gut. Oh Gott, ich bin heute irgendwie bisschen verspult unterwegs. Chok, chok, dick, dick. Immer verspult. Dick, dick. Pst. Muss mir jeder wissen. Da ist ne Kulle. Wie willst du Diamonds finden? Neuer Mond. Irgendwie gefällt mir hier die Treppe nicht so. Hm. Oh. Kürbisse und Melonen sind gewachsen. Melonas. Ja, stimmt. Ich hab mir in der ersten Folge von dem Let's Play hier gewünscht, dass man mal ne Kürbiskernsuppe machen kann. Und man kann jetzt, glaub ich, mit dem neuesten Snapshot nen Kürbiskuchen machen, oder? Ja, genau. Wenn ich's so richtig gesehen hab. Ach stimmt, ja. Okay. Den haben wir aber noch nicht drauf. Weil könnte ja sein, dass da irgendwas mit der Map oder so vielleicht kaputt geht. Deswegen warten wir jetzt erst mal. Okay, ich hab irgendwie ein kleines Problem hier. Der Brunnen ist total bechi platziert. Dann würde ich sagen, platzier ihn einfach um. Leg ihn trocken und fake ihn wandersin. Ich glaub ich reiß ihn ganz ab, oder? Machen wir so nen Platz. Ja. Wir können uns nen eigenen Brunnen bauen. Der steht nämlich echt doof da. Ich hab schon wieder Red Storm gefunden. Das ist doch gut. Da brauchen wir echt noch Slimes. So ein Slime-Chunk. Müssen wir mal schauen. Und schon wieder Red Storm. Okay, okay. Jetzt wird's interessanter dann. Unser Lebenselixier. Red Storm. Machen wir so. Naja, ich hab eigentlich alles bei mir. Bis auf ne Axt. Aber wir haben ja schon richtig viel. Wie viele Red Storm hast du noch bei dir? Ja, ich hab schon wieder fast nen Stack jetzt. 56 hab ich. Mal fast 5 Stacks. Fast. Bisschen weniger. Ja. Warum haben wir nur ne Holz-Axt. Warum wir eine haben. Warum wir nur ne Holz-Axt haben. Weil ich die Stein-Axte mit hab. Zum meinen. Ja. Ja. Könnte ja ein unterirdischer Mammutbaum erscheinen. Hast du sowas noch nicht gesehen? Nein. Cool wär's auch, wenn mal irgendwas rauskommt, dass man den Testis hier so Aufgaben geben kann. Ja, das wär halt echt cool, wenn du sie echt für so Emeralds bezahlen kannst oder so. Ja. Das war doch. Da gibt's, wie heißt der Mod nochmal? Ähm. Millionaire oder so glaub ich. Ja, beim Technik-Pack, also im Singleplayer gibt's nen doch. Ja, genau. Da ist das sau cool, da. Wie die sich halt weiterentwickeln und. Schon ein bisschen genauer erklären für unsere Zuschauer. Und bauen sich ne Burg und. Ist cool. Ist cool. Müsst ihr austesten. So, da sieht das schon mal bissl besser aus. Ähm. Ich bau mal hier erstmal aus. Irgendwie sind die Testis aber auch verbuggt. Die hüpfen hier so im Boden rum. Das machen sie schon die ganze Zeit. Ich bin echt ein bisschen, ein bisschen kümisch im Kopf. Aber was soll's. Das waren sie schon immer. Ja genau, das waren sie schon immer. Ähm. Ich glaub das wird ein bisschen länger dauern mit den Diamonds. Willst du mich enttäuschen Marco? Ja. Nein. Nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Oh Gott. Ja stimmt. Wir sind ja jetzt lauter. Im Let's Play glaube ich. Da wir ja neue Mikros haben. Beziehungsweise ich erstmal neues Mikro. Deswegen hoffe ich, man hört mich auch ganz gut. Simon. Ja. Und da brech mich halt. Moment, das ist wichtiger. Was haben wir denn? Wie viele? Einen. Moment, Moment. Ja. Es ist eiskalt echt einer. Ein einziger. Toll. Ähm. Dafür. Adam, für den machst du nen Bilderrahmen. Den hängen wir auf. Oh ja. So, 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 so. Ist grad auch nicht so spannend glaube ich, was ich hier mach. Aber es muss sein. Es muss ja alles schön werden hier. Ja. Und ihr wollt ja alles mitbekommen, was wir machen, oder? Also. Oder wobei, das können wir euch auch mal fragen. Wollt ihr lieber, dass wir auch selber eigentlich auf dem Server spielen quasi und dann. Also, dass wir das Video schneiden sozusagen. Ich bin. Adam, ich hab hier. Ähm. Moment. Was? Brain lag. Ich hab ne Minenschacht gefunden. Noch ein. Ja. Und nochmal. Noch ein, ja. Oder vielleicht ist es derselbe, aber der verläuft anders. Der ist hier auf. Ey, ich hab das Gefühl, wir sind in irgendeiner riesigen Klapse gelandet. Kommt da einen, der testet ihr uns. aus der Tür raus und dreht sich erstmal im Kreis. Nein. Verdammte Spinnen. Ich hab kein Schwert dabei. Doch, hab ich. Hörst mir gar nicht zu. Ich erzähl dir hier was und. Ich geh nicht auf dich ein. Was hast du gerade nochmal gesagt? Ich hatte gerade einen Kampf mit einer Spinne. Nein, unsere Abonnenten haben mir zugehört. Das ist das Wichtigste. Ja. Denkst du. Schau dir das Let's Play dann später an. Dann kannst du es nochmal anhören. Ah ja, stimmt. Wir haben ja noch eine wichtige Frage zu klären. Wo bauen wir unser Lager hin? Gute Frage. Deswegen sage ich ja, dass sie wichtig ist. Aber ich verstehe gerade hier nicht. Ihr spawnt irgendwie. Ihr spawnt. Das ist hier ein bisschen verwirrend. Du gehörst mich mit Absicht heute. Nein. Aber. Die Spinnen hier. Die spawnen einfach durch die Wände irgendwie. Ja, wir haben in den Comments, haben uns ein paar Leute geschrieben, dass sie schätzen, dass da drei oder vier Mobspawner oder Spinnenspawner in der Nähe sind. Sind sie sogar in der Nähe. Also ich hab jetzt hier eins, zwei. Drei. Drei, glaub ich, sind hier um die Ecke sofort. Oh Gott, welcher Idiot hat diese Stadt gebaut? Das ist doch echt schlimm. Ähm. Ich hab noch mehr Redstone. Wie mach ich das jetzt hier? Ich bringe noch so viel Redstone. Ich weiß gar nicht, wo wir das hinbauen. Vielleicht denken wir uns irgendwie was aus. So als Abo Special. Ja stimmt, die Leute können uns ja ruhig ein bisschen was schreiben, was sie sich gern wünschen würden, was wir bauen. Also natürlich die Standardsachen werden wir bauen. Oh Gott, das war ein komischer Satz. Ja. Red mal zu Ende. Dann rede ich. Ich glaub, er gibt keinen Sinn. Wir lassen. Ähm, ja wir bauen halt erstmal so die Standardsfarm alle, oder? Würde ich sagen. Genau, das meinte ich. Zeig ich doch. Das ist ja automatisch laufen schön. Wiederhol doch nicht das, was ich schon gesagt hab. Das hast du gar nicht gesagt. Du lügst. Ich schau mir später echtes Let's Brain an. Oh, äh, 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 es ist zappenduster. Komm mal schlafen. Okay, ich steck fest in deinem Kopf. Ja, ich kann noch bisschen weiterbauen. Benetz. Benetz. Hm, hm, hm. Gott, ich bin so voll im, im Englischen irgendwie drin. Nimm mal. Ich laufe, ich laufe, Alter. Ich komme. Du nur Moment, doch. Jetzt hast du dich reingeritten. Ich seh schon die Comments. Ja, macht Englische Let's Plays. Machen wir erstmal Deutsche. Komm hier. Mit deinem Ganzkörper-Dildo. Äh, Kondom. Was? Ja, der weiße Anzug da. Du hast auch einen weißen Anzug an. Ja, ich steh dazu. Schlaf jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Goes the Up. Gute Nacht. Bcker. getting grounded. Bis zum nächsten Mal.